Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 90 Sekunden mit Mauro. Auch dieses Jahr war ich mit Kindern, besser gesagt mit einer Gruppe Sternsingern, in den Gassen und Strassen von Winterthur-Wülflingen unterwegs. Wir haben gesammelt für ein Kinderprojekt von Missio. Und dabei haben wir auch Gottes Segen in die Wohnungen und Häuser gebracht. Nun, was heisst das, einander Gottes Segen zu wünschen? Es bedeutet in erster Linie, einander unter den Schutz und die Leitung Gottes zu stellen. Für mich persönlich ist das etwas vom Schönsten, was man sich gegenseitig schenken darf. In diesem Sinne wünsche ich euch allen dort draussen Gottes reichen Segen für das Jahr 2023. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017